Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Zelda Link's Awakening. Ich bin so dumm. Oh mein Gott. Ich habe gelesen, wie komme ich jetzt an den Sonnen? Pipapo. Und dann dachte ich, okay, vielleicht versuche ich es mal zu springen. Ey, man kann hier durchgehen. WTF, man kann hier durchgehen. Ich fühle mich derbe verarscht. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Boah, bin ich gerade. Ey, ich bin die ganze Zeit eben gerade rumgerannt. Und habe gelesen und habe geguckt und habe gemacht. Und dann sowas. Wo ich mir so denke... Ey, ich fühle mich derbe verarscht. Das ist schon nicht mehr in Ordnung. Dieses kleine Fitzelding, ne? Ja, da... Musste aber auch gucken. Das ist ja schon... Oh, das ist schon grausam. Das ist schon... Das grenzt schon an Hohen. So, theoretisch habe ich jetzt den Boss freigemacht, ne? Warte mal, ich gehe mal hier kurz durch. WTF, was ist hier? Jo, wirklich kann ich da jetzt rüber? Aber... Aber... Nee, 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 nee. Warte mal. Okay, ich mach mal. Ey, das ist doch... Boah. Ihr wollt nicht gerade wissen, wie ich spiele. Ja, aber ich die nicht habe, oder? Ey, ihr wollt nicht wissen, wie ich mich gerade fühle. Wo ist denn hier? Hier kommt dein Ende. Naja, das werden wir mal sehen. Das werden wir mal sehen. Gleich wirst du bereuen, jemals geboren worden zu sein. Entgegnet. Ja. Oh. Das ist nicht los. Ei. Der Teufelsadler. Komm ran. Hier auf ein paar Meter. Wo bist du? Ha! Weil ich das bessere Schwert habe, du Opfer. Meine Kraft bin besiegt. Doch dich erwischt es auch noch, wenn der Windfisch aufwacht. Du und wir. Wir sind sein Traum. Bäm! Und warum hat das so gut funktioniert? Weil ich so ein krasses Schwert geholt habe mit den Zaubermuscheln. Ich finde es krass. So sieht es aus. Du hast einen Herzcontainer enthalten. Ja. Dankeschön. Jetzt gehe ich wieder runter, weil die Aussicht war ganz hübsch. Aber jetzt noch mal. Mach auf das Ding. Du hast die Poseidon-Orgel erhalten. Dum 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 dum. Das krach. Doch. Da war jetzt ein Krampf. Ocarina. Die Musik. Der Ocarina weiß den Weg. Habe ich eine Ocarina? Ja, stimmt. Ich habe eine Ocarina. So. Wo ist der Drecksvogel? Der kommt doch bestimmt gleich. Ich mache zwei Meter und dann kommt der komische Uru. Nee. So. Ähm. Ja. Wie geht es weiter? So. Jetzt sagt er mir, ja, die Ocarina weiß den Weg. Ja. Shit happens. Was willst du mir damit sagen, Mann? Mann. 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 Ich spreche nicht in fremden Zungen, mein Freund. Äh. Warte, wir gehen da mal hin. Äh. Wo ist eigentlich mein Vogel? Mein Piepenart ist weg. Ey Leute, mein Piepenart ist weg. Mein Vogel. Ey, wo ist mein Vogel? Die haben mein Vogel geklaut. Warte, ich muss nochmal irgendwie zu dem da. Ähm. Wo kam ich denn da hin? Ja, das ist ne gute Frage. Wie kam ich denn zu dem Vogel? Mein Vogel ist weg. Ich würde ja nicht sagen, aber mein Vogel ist weg. Das ist aber nicht in Ordnung. Das ist jetzt aber nicht in Ordnung. Da müssen wir nochmal drüber reden. Ja. Kannst du mich da hin teleportieren? Ich überlege gerade. Ja, ich gucke nochmal mich zu dem Vogel. Oh, mein Vogel seid ihr. Was? Mein Vogel. Ich hab ihn so lieb und hab... Ja, eigentlich nicht, aber... Ich bin auch sonst immer nur alleine. Ich bin die Arschkine. Wenn... Ich bin... Was ist das? so jetzt muss ich mal überlegen ich muss irgendwie ein tunnel leben damit ich da wieder hinkommen die frage ist welcher tun ich will dass ein teil der macht nicht das ist das ist der dumme teiler macht mir das war der falsche wenn ich da oben Kommt das ungefähr hinten hoch. Wenn ich da oben jetzt bei dem einen Vogel finde, dann werde ich aber böse. Das ist mein Vogel. Dieser Gockel hat ja Temperament. Ich fliege. Ich denke, es stinkt so gut nicht wieder. Ich wollte eigentlich wieder rausholen. Der hat mir mein Vogel geklaut. Tatsächlich weiß ich nicht, was ich machen will. Warum gehen wir jetzt mal dahin? Telefonieren kurz mit Opa. Opa weiß immer, was zu tun ist. Und, äh... Wo man so denkt, das sind so Orakelsprüche, wo man so denkt so... Ja. Keine Ahnung, was du damit meinst. Du, du, ja, hier, Uriera. Der Kopf, der Schildkröte ist dir im Weg. Dann hau ihn ein. Ah, ich muss jetzt noch schildkröte. Okay. Ein Witzklick, klick, klick. Okay. Okay, jetzt weiß ich wohl nicht. Ich muss jetzt hier... Wir waren hier schon mal, weil ich dachte, ey, da muss ich doch hin. Ja, genau dahin. Aber das hat ja damals irgendwie nicht so richtig funktioniert. Darum, ähm... Gehen wir jetzt kurz nochmal an Spielsucht nach. In der Hoffnung, dass ich mich jetzt besser anstelle. Oh, fuck. Drückst du mir die Daumen? Ja. Ach, das... Wies. Äh. Komm. Es hat... Wir probieren es jetzt 50 Mal. Also, ich war zu hinten. So. Hinten. Geh zu, geh zu, geh zu. Huuu. Was? Das ist... Der war drin. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Der war drin. Ich bin nicht verarscht. Der packt den nicht richtig. Oh nein. Der wird schon auch nicht richtig packen, ne? Wer ist drin? Geht da das? Du meinst etwas. Oh. Oh, der wird auch nicht richtig drin sein. Muss ich erst das Herz holen? Wirklich? Ich glaube, das Herz blockiert. Ja. Nee. Komm, gib mir... Gib mir den... Gib mir das Steinchen. Ja! Haha! Die Verluste, die ich gemacht habe, habe ich wieder reingeholt. Kann das Ding nicht woanders stehen? Ja! Pass auf, wir machen es jetzt an. Ganz anders. Ich brauche das jetzt nicht. Aber ich will nicht, dass es wieder blockiert. Deshalb machen wir es jetzt mal anders. Dann holen wir uns noch den Lila-Rippin. Ah! Sieht immer so aus, als würde er jeden Moment rausfallen, ne? Okay, was zu gehen. Nee, verdammt, ich war zu. Wenn er rausfängt, ist das aber nicht so schlimm. Jetzt bist du dran, du Lappen. Ne? Ja. Nee, das ist so weit unten. Aber egal. Ich könnte es unten sein. Ich brauche das jetzt. Ja, ich habe ein Herz. Ich habe meine Urine. Ich habe eine... Die Blubberfigur. Die Blubberfigur kommt, glaube ich, auch zu dem... Opa, ne? Nein. Genau. So, der ist jetzt aber echt voll, ne? Der hat keine Figuren mehr. Dann hat ja hier... Wie viele Figuren gibt es eigentlich? So, die Dame hat noch... Für eine Figur noch. Das ist für Komet. Okay. Die will Pippchen und Komet. Nein! Halt die Richtung. Wir wollen auch die Marina ins Haus. Die hat auch für eine. Für die Piranha-Pflanze. Okay. Komet und Piranha-Pflanze. Wenn im Prinzip das beides jetzt nicht ist, dann weiß ich, das kommt dann zu der Familie oben. Uhuhuhu. Glückert. Ja, komm. Oh nein! Zu weit. Ja, gut. Ja, dann nimmt die nicht. Ich fällt vorher raus. Nee, gar nicht. Ja, moin! Ja, ich weiß, ich könnte mir das Herzteil holen, aber ich will nicht. Die Shy Guy-Figur, die kommt zu der Familie oben. Das weiß ich. Also noch zwei Figuren. Ich weiß nicht, ob das für euch jetzt ein bisschen langweilig ist, aber ich würde schon ganz gern wissen, ob da irgendwas ist. Ah, danke. So, die hat auch noch. Also es sind noch drei Figuren. Komm, guck ihn. Hat eigentlich der Angler... Nee, beim Angler kommt man nicht ins Haus, ne? Nee, der Angler hat keine Hausstür. Also es sind noch drei Figuren im Prinzip. Die Piranha-Pflanze und... 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 Oh Gott, ich hab's gerade im Himmel... Ja! 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 Machen wir das jetzt gleich, wie eben gerade auch, dass wir erst mal versuchen, die Piranha-Pflanze auf ein nicht bewegbares Ziel zu kriegen? ich finde das mit den bewegten sachen immer wesentlich anstrengender superschwierig da das timing nein btf wie sollen das funktionieren jeder muss ich noch mal weil ich glaube die muss ich wirklich so irgendwie von oben gewinnen und funktioniert aber dadurch dass ich ja im prinzip die lorin gekriegt habe funktioniert ist das blöde ding umgefallen war doch klar dass das blöde fiel da steht die frage ist kann man vielleicht sogar einfacher ich meine die fällt ja so schon immer fast um durch das an sie weit fertig Ne, das wird nicht. Da ist ein ganz anderes Timing gefasst, glaube ich. Mann! Ähm, ja, so funktioniert auch. Ja gut, das Herz hat mich jetzt nicht so interessiert. So. So, die haben jetzt gar keine Figuren mehr, ne? Gut, was hieß es? Ich soll jetzt, äh, zum... Äh, vor Dings gehen. So. Ich will das bitte machen. Mach ich doch. Oh! Als ob! Na, komm! Komm! So, wird jetzt lebendig oder muss ich direkt vor dem stehen? Okay, geht. Bye. Ui! Bye. Ah, nee, warte. Mach ich mal so. Ach, shit. Mach ich mal so. Hm. ... … ... Come on! Und ich hab meine Fege wieder. Du hast eine fehler Flasche? Ja, ich lass sie frei, wenn sie mir helfen soll, kann sie machen. Ähm, ich nehm erst mal so. Und wo gehts jetzt hier lang? Uff! Wasp! Warte! Oh! Warte! 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 Da ist mein Ding weggeflogen. Das ist wieder eine Dage. Oh, bitte macht mich nicht schwach. Warte, da habe ich gehört, da soll der Pomerang lang gehen. Oh, shit. Geh mir in der Arsch und Zwirn, lass mich doch mal in Ruhe, Mann. Komm her, Püppel. Dankeschön. Äh... Okay. Wie steuer ist das? Äh... 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 Warte, ich guck grad wegen der Wände. Nichts. Nichts. Ernst, wie viele Bosse gibt's hier denn? Komm her, ich nehme mich mit. Okay, hier unten gibt's noch auch was. Ich hab nen Kompass. Ja! Das ist, äh... Äh, beautiful, aber, äh... Ja, aber es ist nur eine Etage, das geht schon mal. Das ist nur eine Etage. Ach, nicht schon mal. Nein! Nein! Das ist nur eine Etage, ich will malen. Okay. Äh, okay. Weißer Schlüssel. Aber hier geht's auch nicht weiter. Okay. Da haben wir schon mal Sackgasse. Den können wir aber oben weitergehen. Nee, Quatsch. Weißer Richtig. Also, solange alles so eben ehrlich ist, ist komisch noch klar mit meinem Leben. Hihi. Äh. Na gut, das war mir jetzt wurscht. Hier ist... Muss ich hier irgendwas absünden? Vielleicht komme ich hier hin. Also, da ist eine Kiste, das ist mir klar. Wahrscheinlich muss ich die Kiste an... die Sachen anzünden, damit ich zur Kiste komme. Aber ich habe nichts zum Anzünden, weil mir wahrscheinlich noch so ein Stab fehlt. wie bei... Link to the path. Gab's ja auch so ein Stäbchen. noch mal zurück zum Anfang, weil es so schön war. Ja, ich bin... Ja, ich bin... Das ist nicht der Ernst, oder? Komm, ich bitte dich. Das ist, was ich... Ich bin... Schade. Ich bin... ... Oh, nein, das ist toll. Was mache ich hier? Oh nein, es geht runter! Lass es irgendwie so einen anderen Kack-Dungeon sein. Einfach nur so hoch und... Jetzt bin ich durcheinander. Okay, jetzt bin ich hier. Ah, aber hier sind auch keine Risse mehr. Oh, eh, das ist doch... Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Mann! Ich war auch schon früher in der Schule schlecht im Abwerfen. Aber du kriegst hier so viel Feen, das verstehe ich nicht. Die Schnurbel. Ich hätte ganz gerne eine Karte. Die Karte sind jetzt wesentlich wichtiger als, äh... als dem... Ich will nicht. Gut. Warte, wo kann der hoch? Da. Nein! Nein! Der ist zu weit gesprungen! Seit wann... Seit wann springt der denn bitte zu weit? Und... Abgesehen davon, dass da viele Teilbosse drin sind, ne? Ist das ja schon mal mega krass hier. Aber hier ist... Da, ich habe es gesehen. Guckt mal, Leute! Ich... ich werde besser... Ich habe die Wand gesehen! Fuck! Ey! Das ist unfair! Das ist noch... ja guten morgen darf ich vorstellen schildkröte schildkröte die zuschauer von youtube wenn es ja sonst nichts ist aber das läuft heute das läuft aber das gute ist es ist alles ebenerdig das heißt ich kann die karte eventuell besser lesen würde ich jetzt aber nicht drauf hätten also ich würde da nichts druck geben also hier komme ich nicht lang weil dann müsste ich das dann machen okay also gehen wir wieder zurück bei mir hier nichts an ich kann das wahrscheinlich in die andere richtung aber spiel sagt link zu uns allen dingen fallen und lasse so wir waren da wir waren aber oben noch nicht jedoch hier waren wir hier waren wir noch nicht ich muss wieso habe ich das gefühl hier ist ein schatz noch ist gut kommt obwohl man das eine wand ist das zeit ist dieses geheimnis jetzt wegen der wand das ist noch mal so eine wand ja geil ich sehe die wände so sieht es aus ich mache so ein gg heute die kiste ich fasse es nicht das ist doch tricky okay dann haben wir so eine kleine runde gedreht das war sehr schön hat mich gefreut in der hoffnung dass das ding jetzt nicht wieder muss ich den ganzen weg laufen wirklich spielen wirklich das ist nicht in ordnung darüber müssen wir noch mal reden mein freund ich komme ich hoffe ich komme da drüben wieder raus wo ich mir so denke wo es rauskommt also ich muss sagen das finde ich sehr süß gemacht hier bei diesem spiel ich weiß nicht wie das im original war aber ich finde diese diese kleinen passagen die so mario like sind die finde ich doch ganz was sagt denn die eule linke mit l das artefakt um alle löcher zu füllen weiß ich nicht das klingt um ich weiß nicht ob es an meinem versauten lebens die liegt oder so aber klingt minimal komisch ok da muss ich auch wieder das artefakt die ob ich wenn er muss ja drin da brauche ich dieses dieses ok das heißt wir müssen zum anfang zurück weil genau da das passiert was ich mit dem artefakt machen da bringt mir auch dieses leuchtstäbchen weil wir sind jetzt seitlich gegangen jetzt müssen so oder hätten wir nämlich das artefakt jetzt muss gucken ich muss wahrscheinlich erst mal einzeln ich habe ja zwei schlüssel deshalb würde ich sagen wir nehmen okay die nicht aber ich bin jetzt da wieder weg ja so bringt mir jetzt aber auch nicht viel muss ich den ganzen weg wieder zurück ich mache mich nicht schwach das heißt ich muss schon ganz genau gucken zwei mit einmal bin wie das tapfer schneiderlein dann brauche ich jetzt nicht unbedingt so da die drei gänge hier die bringen mir jetzt erstmal gar nichts weil das habe ich jetzt schon gemacht dass ich müsste da lang oder da lang also ich möchte ganz gerne aber da lang dann komme ich da nehme ich habe da frei kann denn hier noch mal so ein bisschen rum wurschteln ich weiß jetzt nicht genau was mich das hier hier bringt so jetzt gehe ich mir nicht hier hin da zeigt er mir nur an hey guck mal da gibt's loot so jetzt mal wieder weg gehen was machen wir zuerst hoch oder runter läuft doch so langsam aber sicher aber mir fehlt noch schätze weg ich sag mal so mit ebenerdigen dungeons komme ich besser klar als ohne wir wollten jetzt nur zeigen wo ich hinkommen kann also ich muss irgendwie da hoch und dann kann ich drüber und dann sagt er mir du kannst da wieder raus ich habe ich hier wieder ja ja wie mache ich das ja wie mache ich das ich habe ich hier guck mal die sehen so kaputt mäßig aus das wäre eigentlich ganz cool wenn ich hier vielleicht bomben platzieren könnte damit die kaputt gehen und ja ich habe die wand gesehen ich habe diese wand gesehen geil ne was die maika so alles kann ich habe aber keinen schlüssel mehr somit bringt mir das nicht viel attackiere die kreaturen von oben herab um den schlüssel zu erhalten ich mache es einfach so die kreaturen muss ich von oben nennen komm schluck ey kriss 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 und zwar schon ich will aber erst gucken wieso bist du ich weiß nicht wieso er es gemacht hat also wollen wir hier oben lang oder da unten lang wird ganz gern hier so wie hier so glaube ich lag dann kann ich hier nämlich noch so ein bisschen frei machen in der hoffnung dass da denn irgendwie so ein schlüssel kommt wollte ich erzählen das heißt ich muss noch mal es ist ganz schön es ist ganz schön wieso seid ihr denn schon wieder da? Moment, wo komme ich denn da lang? Komm ran auf den Halbmeter! Das ist unfair! Komm runter! Komm runter und stirb wie ein Mann, man! Da ist doch, komm runter und stirb wie ein Mann! So, ähm, da habe ich jetzt beiden. Ach, die Schutzeichel. Auch etwas, was keiner braucht. Hier ist ein Rätsel. 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 Schieße das Auge, der merkt wie ein Statue mit dem Bogen. Okay. Wie meinst du? Warum ist das nicht auf mir? Ich habe doch! Rätsel! Rätsel! Grrrr! Das ist echt viel Leut, ne? Das ist so krass. Ist der Boss gleich so richtig heftig? Wo komme ich denn jetzt hier lang? Ach ja! Hier war ja was. Nee, gar nicht. Doch, hier muss ich aber die Lampen anzünden. Das weiß ich. Aber dazu brauche ich dieses Stöckchen, was ich nicht habe. Also was ich noch nicht habe. Okay, dann haben wir schon mal das hier. Dann gehen wir jetzt hier lang. Ich will mir nicht aufkriegen, dass du, Alter. Probieren. Ich möchte ganz gerne ganz kurz noch mal... Ähm, hier komme ich also nicht hin. Ich muss... Nee, ich komme da von oben. Das heißt, ich muss irgendwo... So. Echt jetzt? Ich muss mich draußen. Macht aber nichts. Äh, wir gehen erst mal... Danke. Das aktivieren und gehen noch mal zurück. Weil wir haben nämlich noch ein Räumchen, beziehungsweise einen Schlüssel. Einen Schlüsselraum haben wir noch. Lass mich kurz gucken. Will ich da am besten hinkommen? Ähm, ja, so. Einfach den Weg zurück. Dann wird ein Schuh auf. Da ist, äh... Hier habe ich noch nicht offen. Hier habe ich noch nicht offen. Hier ist Balsam drin. Hier komme ich nur hin, wenn ich die... Ähm... Die Dings habe. Wieso habe ich denn hier keinen... Keinen... Keine Dings nicht mitgemacht. Gehen wir erst den Schlüssel machen. Also hier den Schlüssel machen. Und den kann ich immer noch mal... Zurück und... Die Dings weg. Die Truhe. Ja? Was? Ich habe doch... Oh, ey, jetzt ist die Dings weg, ne? Die Truhe. Wobei habe ich die doch kaputt gemacht. So. Also, es ist jetzt nicht so dunkel, dass man das hier nicht sehen kann. Falls er jetzt irgendwie, äh... Ja, äh... Okay, abkürzern. Warte, da unten. Ich habe es gesehen. Da unten. Das hätte ich jetzt aber echt nicht gesehen. Okay. Nochmal eine Abkürzung. Mehr oder weniger Abkürzung. Jetzt habe ich aber keinen Schlüssel mehr. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich da jetzt lang gehe. So. Also, ich muss oben lang. Okay. Weil... Bringt Baum. Ich überlege gerade, ob es nur Abkürzungen gibt. Also, ich sehe jetzt gerade echt gar nichts. Sechs Abkürzungen. Ich überlege gerade, ob ich, wenn ich jetzt rausgehe, ob ich da irgendwie runterspringen kann. Okay. Okay. Was ist denn nochmal von außen kurz rein? Ach, als oft. Was sagt die Ego? Nee, aber wir machen es anders. Ich versuche. Wir gehen einfach hier hin. Wie hieß der Flugsaurier aus, äh, mein Land vor unserer Zeit. Wie auch immer. Ich beende hier diesen Part. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich habe sehr das Gefühl, dass wir jetzt echt aufs Finale zugehen, weil... Uns fehlt so gesehen nur noch ein Instrument. Das werden wir wahrscheinlich jetzt in diesen Chillkröten-Dungeon kriegen. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, ähm... Sind wir fast durch. Gut. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Daumen nach oben lassen, etc. PP. Und, äh, bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.